Guten Morgen, mein Name ist Markus Michalli, geboren am 6.04.1989 in Nürtingen. Sie kennen mich wahrscheinlich nicht aus Filmen wie... Häkli, grüßt das, mummelt hier. Das Fenster zum Hof. Oder der Pater. Aber vielleicht können wir das ja gemeinsam ändern. Milch? Zucker? Setzen wir uns doch kurz. Meine Ausbildung zum Schauspieler- und Theaterpädagogen habe ich Ende 2014 an der Theaterakademie Stuttgart erfolgreich abgeschlossen. Seit 2015 sammle ich Schauspielerfahrung als festes Ensemble-Mitglied der Württembergischen Landesbühne Essling. Hierbei habe ich gelernt, dass das Geheimnis eines guten Schauspielers ist, und ich denke, da geben sie mir recht. Jetzt möchte ich mich von der Bühne in Richtung Kamera wagen und würde mich freuen, mit Ihnen meine ersten Filme, Fernsehen und Werbeerfahrungen machen zu dürfen. Also, wie gesagt, probate ich uns vorbe. Wir sehen uns. Wir sehen uns nicht mehr. 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 W配ern mich. Wir sehen uns nicht mehr. Wig. themh, danke. Wig. 쟁.